Was? Im Gegner-Team ist der Jason Statham. Nein, nein, oh Gott. Oh Gott, nein, bitte nicht. Du weißt, der hilft nur eins. Eine Köder-Granate, die voll drauf fallen würde. Nein, wir nennen das Familie. Das ist aber nicht der Mr. Diesel. Aber er kämpft gegen diesen Diesel. Hit! War ja am Hecklicht schon, danke. Was für Hit diese! Die Name ist stark, aber Familie ist stärker. Ah, man hat einen Köln! Und der Jason Statham hat einen Double-Kill gemacht. Klassiker. Da wird es wohl nicht die andere Taktik rauszukommen. Ey, immer noch eine Dickelrunde am Ende. Der Double-Molli auf Shorts. Lieb's ja, die müssen beide Shorts stehen oder so. Da ist schon einer in der Apps da oben. Boah, wie schnell ist der jetzt da oben gewesen? Wärst du mal gefragt gewesen, du hättest schneller mit der Schotte schießen können? Ja. Nicht so, dass ich beim ersten Mal daneben Game-To-Dash quasi schon hinter mir gestanden. Ja, so ist es nämlich. Du Arschkopf. Jetzt habe ich einfach schon gesehen, wie du, oder gehört schon, wie du jetzt wie in mit ihrer Rufe geräumt bist. Boah, fuck. Short. Short, short, short. Oh, danke. Holst du meine AK im Boiler? Ja, okay. Schaffst du es noch? Ich weiß nicht, wo du gelabt hast. Und innen. Ah, ja, okay. Egal. Ich bin jetzt ein paar Mal. Schaffst du mir. Wir sind jetzt wieder in der Mitte. Ich würde dir das Haus. Bop, bop. Ih, ich werde. Mö, ich werde. Im Becken hab ich abgesmogt. Alles lang. Ah, shit. Ach, dass der andere Smoke da links ist. Schon bitte stand irgendwo einfach nur dumm rum. So damn viel. So nett von mir. So Diggl drop. Komm. We will make some regret this day. Just one. Just one. Just one. Just one. Just one shot. Just one shot. Ja, ja natürlich. Starpony was alles. Tschüssi. Weisst du wie das bei mir gerade ausgeschaut hat? Ja. Ja, ich bin schon umgedreht. Ich bin schon zurückgelaufen. Ich schicke dir den Clip. Ja, das schneide ich noch selber raus. Ich hab schon. Fertig. Ich bin den Chippy. Lang. Body pushen. Total los. Eine Bombe liegt in der Mitte. Ja, Starpony. Weisst du was? Der spielt einfach nur auf Ding. Der macht voll big advantage. Abusing. Aber wie ein Einser. So, der kriegt jetzt so lange mal ein HE von mir entgegen. Ja, der hat uns jetzt beide abgeholt. Du hast in dem Moment gerade rausgepeaked, wo ich auf einen geschossen hab. Dann hab ich dir ja glaube ich einen Hedgehog und er dir einen Hedgehog. Ich hab vorhin noch einen geschickt. Ja, ja. Aber er hat uns beide gekillt. Ja, ja. Aber er hat uns beide gekillt. Ja. Ja. Ich hab mir einen Hedgehog aufschott. Er ist wie der Unsburg. Natürlich, oder? Natürlich sitzt der Pit. Natürlich sitzt der Pit. Ja. Stau abschütteln. Und sie kann weg. Die rushen jetzt irgendwo. Und... Ich glaub, dass sie sich... Ich muss doch gar nicht so viel springen können, gell. Ja. Ich glaub, dass die Short... Oh, Flashbang Short. Ja, Doppelflashbang. Ja. Dann hab ich. Wiederschauen. Moin. Oh. 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 Stüge ich. Schön. Wollen billig. Okay, war zwar nicht so geplant, aber... Der ist schlau in der Abse. Oh, komm, natürlich drückt er mich direkt weg. Der ist schlau in der Abse. Oh, nice, ja. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh. Oh, cool. Oh, cool. Ich trage mich. Hinten liegt der AK. Nein, fahre uns weiter hinten. Oh, mein Herz. Ja, da liegt der AK, die nehme ich jetzt mit. Ist ja alles unter Kontrolle gewesen. Also ich bin ruhig geblieben, wie du gesagt hast, ich kann einen Millimeter weg. Er hat halt nichts daraus gedacht. Du, wie wenig Blut da ist. Das ist... Fake News. Willst du dir AK? I see. Ah, nochmal Short, einer. Ja, Mann, ich hasse den mit seiner Scheissknarre da. Er ist gesprungen und ich habe einen Hedger gekriegt. We are good to go. Throwing smoke. Komm her. Der Star-Pony kriegt aber schon, also. Oh, woher? Der Pastor. Okay, das himmelte meiner Daumen an. Das war schon mal. Ach, na. Oh yeah! Dass ich nicht rein konnte, überhaupt zu mir. Da hätte ich dir fast auch geholfen. Das war die Silme nicht. Sind Schwarz schon? Den Namen hat es nicht angezeigt, sorry. Das hat Urschmerzen hätte er gehört. Oben beim Knie. Ich habe ihm glaube ich noch einen Hatter gegeben. Ja. Ich bin König. Ja, die habe ich leider auch nicht, da geht das wirklich nicht. Aber ich habe nur gesehen, wie einer dort reinläuft. Kannst du mich im Vier legen? Ja, wo bist du da? Mit oder ohne? Egal, mit. Ich bin so schlecht. Der ist wieder zurückgegangen. Er hat meine M4. Oh nein. Nice. Ja, der hat das gut Carriot. Duo. Hätte ich eine kleine abgeliefert. Ich hätte ihn noch einmal haben können. Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... ich bin ein auf. Ich bin irgendwie... ich bin...